ja hallo herzlich willkommen zum pusher und special video ja ich habe vier kollegen die jetzt auch bei youtube aktiv sind und ja die den einen kennt man wahrscheinlich schon ganz gut den shadow boon aber ich habe gesagt ich mache einfach mal ein pusher video für die vier weil ja man hilft sich halt gegeneinander oder kollegen und deswegen fangen wir direkt mal an also den ersten den ich mal vorstelle ist der mad scientist so geschrieben so könnt ihr seinen channel werde ich unten noch posten in kommentaren und so auch rein machen da könnt ihr mal reinschauen trade binder müsst ihr auch bald hochladen soweit ich weiß ja mal reinschauen lohnt sich auf jeden fall der nächste ist der metabit auch dasselbe nochmal auch kollege von mir ist auch trusted könnt ihr mal reinschauen hat ein tradeband da oben und ich auch unten posten so der nächste ist der poncilla auch wieder dasselbe auch ein Kollege von mir den ich hier mal ein bisschen pushen will so und der letzte ist der gute shadow boon den kennt man ja glaube ich schon aber trotzdem will ich immer ein bisschen mit pushen hier so ja das war die erste hälfte vom video und die zweite hälfte dreht sich darum dass ich wie gesagt immer noch die drei götterkarten hier zum verkauf oder tausch haben übrig habe so ja sind immer noch da es handelt sich natürlich nicht um die aus der legacy collection sondern es sind die amerikanischen promos die halt ein bisschen mehr wert sind und ich will die und nicht unbedingt verschleudern also wenn schon ernsthafte angebote weil die sind schon ein bisschen was wert sind doch original moment so dass man sieht so dass leifer ist so normal der hat kein farbigen rücken so sollten das beim original sein gucken so der obelisk ist hinten blau so und dann noch der rah so und der ras hinten gelb so das sind halt wie gesagt die amerikanischen promos die sind ja englisch top mint also für uns für den sammler ein must have ja und wie gesagt sie noch zur abgabe und ich dachte ich mach mal ein video mit rein ein pusher video mit rein grad dass ich die noch zur abgabe habe weil man sich vielleicht übersieht oder so wenn man sich denkt alles in die legacy collection so ja also wie gesagt prn könnt ihr mir angebote schreiben ja und wie gesagt guckt mal in den channel von meinen leuten hier rein the mad scientist metabeat ponzilla und shadowboon so channel werde ich unten noch posten ja dann sage ich mal vielen dank neuen trade binder kommt bald und vergesst meine tombola nicht die läuft auch noch bis ende des monats könnt ihr immer noch mitmachen und ja ansonsten wenn fragen sind per pn wenn es euch gefallen hat abonnieren und liken in diesem sinne viere bis heute Tschüss.